Pünktlich auf die Minute öffnete sich die Tür zu ihrem kleinen Büro. Destiny erkannte den großen, blonden, gutaussehenden Mann, der im Türrahmen stand. Sie hatten sich zwar noch nie getroffen, sie war von der Bürgermeisterin engagiert worden, nicht von ihm, aber sie hatte ihn schon oft auf Zeitschriften, Cover, in Fernsehinterviews oder Fotos in Internetartikeln gesehen. Lächelnd erhob sie sich. »Hi, ich bin Destiny Mirz.« »Kipling Gilmore.« Seine Augen waren von einem dunkleren Blau, als sie erwartet hatte, und er hatte diese leichte Anmut, die vermutlich daher kam, dass er schon immer Sportler gewesen war. Denn er war nicht einfach nur Kipling Gilmore, sondern der Kipling Gilmore. Berühmter Athlet, Superskifahrer, olympischer Goldmedaillengewinner. Die Presse hatte ihn G-Force genannt, weil es ihm zumindest auf Skiern nur auf Geschwindigkeit ankam und er allen Regeln der Physik zu trotzen schien. Er konnte Dinge tun, die niemals zuvor jemand getan hatte, zumindest bis zu seinem Sturz. Sie schüttelten aneinander die Hand. Dann reichte er ihr einen kleinen rosafarbenen Karton von einer Bäckerei, damit ihnen das Einleben leichter fällt. Sie hob den Deckel und entdeckte ein halbes Dutzend Donuts. Der Duft von Zimt stieg ihr in die Nase. »Danke«, meinte sie, »viel besser als Blumen.« »Freut mich, dass Sie das so sehen.« »Dann sollten wir loslegen.« Sie setzten sich beide und sie drehte ihren Laptop so, dass er auch etwas sehen konnte, während sie auf der Tastatur tippte. »Es gibt zwei Voraussetzungen, um die Such- und Rettungssoftware zum Laufen zu bringen,« begann sie. »Das eine ist das Kartografieren der Gegend und das andere, ihnen und ihrem Team die Benutzung des Programms beizubringen.« »Das klingt nicht so schwer.« »Das höre ich immer, bis einen die Realität einholt.« Langsam zog er eine Augenbraue hoch. »Ist das eine Herausforderung?« »Nein, ich will damit nur sagen, dass der Prozess seine Zeit braucht.« Storms kann sich an beinahe jede Situation anpassen. Der Erfolg oder Misserfolg einer Suche hängt normalerweise von einer Kombination aus Informationen und Glück ab. »Mein Ziel ist es, das Glück aus der Gleichung zu streichen.« Storms. »Search Team Rescue Management Software«, unterstützte das Rettungsteam. Das System wurde mit Daten gefüttert und dann prognostizierte das Programm die wahrscheinlichsten Gegenden, in denen mit der Suche begonnen werden sollte. Jeder Suchende hatte einen GPS-Tracker bei sich. Dessen Informationen wurden zur Software zurückgeschickt, damit die Suche in Echtzeit aktualisiert werden konnte. So wurden immer mehr Gegenden eliminiert und das Suchgebiet eingegrenzt, bis die vermisste Person gefunden wurde. »Ich fange in den nächsten Tagen an, die Gegend zu kartografieren«, sagte sie. »Wir benutzen ein Helikopter und verschiedene Ausrüstungen, um die uns bereits vorliegenden Satellitendaten zu unterfüttern. Die stark bewaldeten Gegenden und die steilen Berghänge werden zu Fuß erfasst werden müssen. Wann kommt der Hubschrauber?« »Ende der Woche. Es wird ein geschäftiger Sommer.« »Sobald wir die Geografie in der Datenbank haben, fangen wir an, das System zu testen. Ich hatte noch nie einen Auftrag in Kalifornien und freue mich darauf, die Gegend kennenzulernen.« »Die Stadt ist ein wenig seltsam.« »Wie meinen Sie das?« Er lehnte sich locker auf seinem Stuhl zurück. Es gab kein Herumgehampel, kein Anzeichen dafür, dass er lieber woanders wäre. Er hat Geduld, dachte sie. Und die hat er auch gebraucht. Kipling Gilmore hatte bei den Olympischen Spielen von Sochi groß abgeräumt. Dann war ein paar Monate später die Katastrophe passiert. Destiny war nicht sonderlich an Sport interessiert, also kannte sie die Einzelheiten nicht. Aber offensichtlich hatte er sich so weit erholt, dass er den Job als Leiter des Such- und Rettungsteams von Fools Gold angenommen hatte. Sie fragte sich, ob es ihm schwergefallen war, sich an ein normales Leben zu gewöhnen. Immerhin wusste sie, dass es für die vom Ruhm Begünstigten nicht gerade leicht war, so zu leben wie die Normalsterblichen. Jeder weiß hier über jeden Bescheid, sagte er. Ach ja, sie hatte ihn wegen des Ortes gefragt. Das ist für Kleinstädte nicht ungewöhnlich. Ja, doch hier ist es anders. Die Menschen bringen sich mehr ein. Haben Sie schon Bürgermeisterin Marsha kennengelernt? Destiny schüttelte den Kopf. Nein, sie hat mich angeheuert, aber die ganzen Verhandlungen liefen über meinen Chef. Ich treffe mich allerdings nachher mit ihr. Ich werde auch dabei sein. Ich glaube, sie werden sie mögen. Er stand auf. Willkommen in Fools Gold, Destiny.